Das ist Jan. Bist du schon wieder kaputt? Schon wieder müde? Wofür hast du eigentlich die Brille bei? Das ist nur ein Baller, die brauchst du doch gar nicht. Warum brauchst du dir eben? Wenn es schneit. Ach wenn es schneit, ja genau. Das wird heute auch noch vollkommen long. Wie viel Schnee gibt es noch? Ja komm mal, gleich schneit es noch. Ja sicher. Das sind wieder neue Schnee. Ja, ist aber gut. Tja. Und wieder neu. Wofür? Ja, ganz schön. Hei, hei, hei. Das hier ... das sind die Steine, ne? Ja. Das ist die neue Schnee. Das ist mein neuestes nicht, weil hier ist ein Plan, der immer auf geht. Da kannst du aber auch wieder, glaube ich, mit den Abschiedern. Da hat's Wenzel ersägt. Wo? Hundenkampf. So eine Art hört sich das hier aber gar nicht mehr an. Nee. Harschig. Da sind wir zwei Jahre. Da sind wir auch oben dringend für Musik. Da sind wir gerade noch ein paar Sachen. Ich nehme neben mir an den Footage auf die Weile an, nach der Fargefung. Dass man eingeliefert hat, den im Wohnzimmer auf dem Gebiet.